Bitcoin in großer Gefahr. Der Kurs steht kurz davor, wichtigen Support nach unten zu durchbrechen. Was wir jetzt vom Kurs in den nächsten Stunden und Tagen erwarten können, das Ganze wollen wir uns jetzt heute gemeinsam in diesem Video anschauen. Mein Name ist Timo und ich werde euch jetzt umfangreich zu den wichtigsten Daten und Fakten updaten. Dafür werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Chart-Pattern, Chart-Indikatoren, Exchange-Daten, Spot-ETF-Flows, Liquidation-Level-Seatmap und noch ein weiteres sehr wichtiges Thema. Wenn es euch am Ende gefallen hat, das Video, und ihr uns gerne supporten möchtet, gerne mal dem Ganzen einen Daumen nach oben dalassen, den Kanal abonnieren und auch gerne die Glocke aktivieren. Für den Algorithmus und die aktiven Supporter da draußen gerne einfach nochmal einen kurzen Kommentar in die Kommentare, ganz egal was. Damit unterstützt ihr uns. Vielen, vielen Dank dafür und wir beginnen jetzt einmal direkt auf dem Daily Timeprip. Was ist die aktuelle Situation beim Bitcoin-Kurs? Wir sind weiterhin theoretisch im Breakout aus unserem Rising Wedge, wobei wir sagen müssen, dass der theoretische Boden bei ca. 54.000 Dollar, also sprich der Beginn unseres Wedges, jetzt erreicht wurde. Natürlich zieht sich der Week noch ein bisschen weiter runter, aber damit haben wir jetzt natürlich erstmal unser Breakout-Target erreicht. Was ist jetzt relevant? Gerade natürlich auch schön auf dem Weekly-Timeframe zu sehen, unsere Support-Box bzw. unserer Support-Zone von ca. 53.000 bis 50.000 Dollar wurde mit der letzten Weekly-Kandle geretestet. Also wir haben den wichtigen Support auf dem Weekly-Timeframe geretestet und sind damit jetzt eigentlich theoretisch erstmal sehr schön gebounced, Breakout-Target vom Rising Wedge erreicht. Also erstmal sieht es doch gar nicht so bearish aus. Jetzt kommt es aber. Sehr schön zu sehen, gerade auf dem Daily-Timeframe. Finn hat es gestern perfekt in seinem Video gezeigt. Wir werden aktuell von einem wichtigen FIP-Level rejected und zwar vom 0,382er. Das bedeutet für uns, solange wir es nicht schaffen, vor allem hier oben durch die Golden Pocket zu pumpen, sprich der Bereich, Entschuldigung, jetzt hätte ich euch fast falsch eingezeichnet, der Bereich zwischen 0,618er und 0,5er FIP-Level, ca. 59.000 bis hoch 60.400 Dollar, sind wir weiterhin in einem Downtrend. Ganz, ganz wichtig, vor allem mit Lower Lows und Lower Highs. Hier sehr schön zusehen. Wir haben, nachdem wir jetzt immer wieder mit dem Kurs Lows geformt haben, es nicht geschafft, über die vorherigen Highs danach drüber zu kommen. Dementsprechend natürlich jetzt auch diese ganz, ganz große Gefahr, nachdem der Bitcoin-Kurs auch diese 60.000 nochmal geretestet hat, dass uns jetzt eben dieser große Abverkauf bevorsteht. Was ist im Zuge dieses Themas wichtig? Gerade auch eine Betrachtung dieser gesamten Top-Konsolidierung. Wenn wir hier einmal einen Blick auf die Exchange-Daten werfen, da kann einem wirklich übel werden. Warum? Wir erkennen sehr schön, seit unserem Run-Up auf die ca. 73.000, 74.000 Dollar Mitte März bereits, fällt der CVD-Spot eigentlich kontinuierlich ab, während Pumps meistens durch das Open Interest ausgelöst werden. Ein schönes Beispiel dafür jetzt beispielsweise unsere Bodenbildung im Bereich der ca. 48.000, 50.000 Dollar Anfang August. Hier kam auch der Pump danach. Open Interest im Lowpunkt bei ca. 14,5 Milliarden. Relativ schnell danach wieder hoch auf 16,8 Milliarden durch das Open Interest. CVD-Spot natürlich auch ganz leicht angestiegen, aber wenig Spot-Kauf-Nachfrage. Das sehen wir natürlich auch in den Bitcoin-Spot-ETFs. Hier gerade bei den Total Values auf der rechten Seite sehr schön zu sehen. Alleine in der letzten Woche über 500 Millionen Dollar an Outflows. Gestern jetzt am Dienstag mal wieder kleinere Inflows mit 117 Millionen, aber keine wirklich konstante Kaufnachfrage, die den Markt natürlich stützt. Das zeigt sich für mich sowohl hier in den Exchange-Daten als auch in den Spot-ETFs. Und das ist natürlich immer eine ganz, ganz gefährliche Situation. Wir haben bei Bitcoin ein neues All-Time-High erreicht. Seitdem wird aber nicht vermehrt Spot gekauft, sondern wir haben immer mal wieder Spekulationen natürlich von Tradern auf dieses neue All-Time-High-Run-Up, was bisher aber nicht eingetreten ist. Und jetzt hier auch sehr schön zu erkennen, in den letzten Tagen vermehrte rote Tage bei den Funding-Rates. Was bedeutet das? So, 6. September, 7. September, 8. sowie 9. September, vier Tage in Folge mit negativen Funding-Rates. Wenn wir das einmal historisch vergleichen, dann ist es wirklich ganz, 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 ganz lange her, dass wir so etwas mal gesehen haben. Was bedeutet das jetzt für uns? Das letzte Mal hier wirklich schön zu sehen, eigentlich im Bärenmarkt-Boden. Es besteht eine große Gefahr, gerade jetzt auch, mit dieser weiterhin anhaltenden, absteigenden Konsolidierung. Also sprich, weil ich gerade eben gesagt habe, wir formen ein Lower-Low, wir formen ein Lower-High, danach wieder ein Lower-Low und wieder ein Lower-High. Natürlich für Bitcoin eben ganz, ganz groß und weiterhin bestehend die Gefahr eines Abverkaufs. Wie sehe ich das Ganze aber jetzt makroökonomisch und langfristig? Wir müssen ganz klar dazu sagen, wir haben jetzt am 18. September, am nächsten Mittwochabend, die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank bevorstehend. FOMC-Meeting. Zinssenkungen stehen im Raum. Der Großteil der Marktteilnehmer, 85%, gehen aktuell davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden. Beziehungsweise 100% gehen davon aus, dass sie gesenkt werden. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie stark werden sie gesenkt? Historisch betrachtet muss man aber ganz klar sagen, die Frage ist nur, wie sieht der Markt die Zinssenkungen gegenüber einer möglichen bevorstehenden Rezession? Warum? Wenn wir uns das beispielsweise einmal auf dem S&P 500 anschauen, hier sehr schön zu sehen, gerade im Vergleich zu den Federal Funds, also sprich zu der amerikanischen Zentralbankpolitik. Warum? Hier zeigt sich, dass jedes Mal, wenn wir in den vergangenen Jahren Zinssenkungen gesehen haben, natürlich auch immer die Kurse sehr stark darunter gelitten haben. Corona, müssen wir nicht genau darauf eingehen, war natürlich ein Black Swan Event. Das hat alle Märkte erwischt, dementsprechend musste es zu Zinssenkungen kommen. Aber auch beispielsweise 2008, wieder November 2007 angefangen die Zinsen runterzusetzen, bevorstehende Rezession, dazu dann natürlich auch noch die amerikanische Immobilienblase, die gecrashed ist. Aber die Kurse sind natürlich abgefallen. Ein ähnliches Bild zeigt sich eigentlich immer historisch. Hier sehr schön zu sehen, um das Jahre 2000, neuer Markt, beziehungsweise Dotcom-Blase. Geplatzt danach erstmal wieder eine längere Abwärtsbewegung des Marktes. Meistens geht das Ganze natürlich mit Zinssenkungen einher, da die Zinsen von den Zentralbanken runtergesetzt werden, weil natürlich eine schwächere wirtschaftliche Struktur von den Zentralbanken erwartet wird. Jetzt ist die Frage, schaffen sie es mit diesen Zinssenkungen, dementsprechend auch die schwächeren Marktstrukturen abzuwenden? Oder aber laufen wir Gefahr, dass die schwächeren wirtschaftlichen Strukturen sich natürlich auf den gesamten Markt auswirken und damit natürlich auch die Kurse nach unten gezogen werden? Dementsprechend, ganz interessant zum einen, wie stark senkt die Fett die Zinsen und wie wird der Markt darauf reagieren? Für mich jetzt auch noch relevant, gerade beim Bitcoin-Kurs auf dem kleineren Timeframe, wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, auf dem 4-Hourly-Timeframe, habe ich euch gerade eben, meine ich schon einmal ganz kurz gezeigt, die Situation rund um dieses wichtige 56.000 bis 56.400 Dollar Level. Hier sind wir aktuell dabei durchzufallen, das Ganze zeigt sich dann hier sehr schön auf der Liquidation-Level-Seatmap, die sich gerade leider nicht aktualisiert, aber der Bereich 60.000 stellt nochmal ganz, ganz große Liquiditätsbereiche dar. Dementsprechend sollten wir jetzt hier natürlich drunter schließen, wie ich es auch erwarte mit der aktuellen 4-Hourly-Candle, außer wir sehen jetzt wirklich nochmal größere Inflows in den nächsten Stunden bzw. größeres Kampfverhalten. Hier sind wir aber gerade wirklich sehr, sehr stark am Dumpen, zeigt sich auch wirklich nochmal sehr schön auf dem 1-Hourly-Timeframe. Erst nochmal eine kleinere Korrektur auf jeden Fall bis zum unteren Rand hier unseres Downtrend-Kanals. Also, Stand jetzt sieht einiges danach aus beim Bitcoin-Kurs, dass es jetzt erst nochmal zu einer Korrektur kommt. Wir sind hier gerade im Breakout, auch aus diesem kleineren Head-and-Shoulders-Pattern, sage ich mal, bedeutet hier ein mögliches Breakout-Target im Raum von ca. 54.500 Dollar. Das sind die Preislevel, die ich jetzt in den nächsten Stunden und natürlich auch Tagen im Auge behalten werde. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal dem Video einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Das war es soweit von mir. Ciao.